Und damit ein recht herzliches Willkommen zu dem neuen freigespielten Modus. In der ersten Folge von Q-Boom habe ich ja den Survival Zombie Mode freigeschaltet, indem ich auf Silber 3 hochgestuft bin. Und das sieht man hier jetzt auch nochmal. Ich bin jetzt gerade aktuell in Silber 3 und hier kriege ich was richtig Geiles. Und da pushe ich jetzt so gesehen hin. Hier sehen wir auch nochmal Top Player, Top Clans und Hall of Fame. Das habe ich im letzten Video nicht gezeigt. Der Bray zuckt glaube ich schon ein bisschen länger hier, aber online vor 8 Stunden. Aber ja. Gut, Leute, ich würde sagen, wir labern nicht lange. Wir gehen direkt rein in den Survival Mode. Ich muss dazu sagen, Survival Mode, der Survival Mode war einer meiner Lieblingsmodis in diesem Game. Und das ist halt einfach das Geile, dass sie den auf der PC Version auch drin haben. Weil ich diesen Modus einfach lieb. Ich hoffe die Musik ist nicht zu leise, nicht zu laut. Ich habe sie jetzt halt einfach mal leise gemacht komplett. Ich finde es auch übrigens schön, ne? Ich habe die Musik in den Einstellungen ausgemacht und habe trotzdem Mucke. Logik. Da. Ja mal. Ich bin gespannt, ob überhaupt irgendwer reinkommt. Zur Not werde ich wahrscheinlich alleine in irgendein Lobby kommen. Und dann einfach alleine spielen. Das ist nicht das Ding, der Zombie Mode war jetzt nicht unbedingt schwer. Ich glaube, fünf Wellen gibt es. Je nach Welle, ich glaube, nach der fünften gibt es einen Boss oder so. Oder nach der vierten mit der fünften Welle gibt es einen Boss. Irgendwie so. Oh nein, ich habe das falsche Gegendrinne. Oh mein Gott, ich hasse meinen Leben hier drin. Oh, nein. Oh, jo. Ah genau, wir müssen nämlich diesen Truck hier, äh... Ach, Degel. Oh boh, Jungs, 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 spannt euch. Gute Kopf. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Was ist das? Was ist das? Ich kann nicht auf das andere gehen Das ist dann echt zu sein nicht geil gerade Okay Ich kann nicht auf das andere gehen Ich kann nicht auf das andere gehen Oh mein Gott, Digga Also Alleine ist der Modus echt nicht leicht Alleine ist das echt nicht leicht Das ist Wave 3 Das hat schon ein bisschen richtung Sweaty angelegt Oh nein, nicht die Dinger, oh nein Oh nein, was ist der Name, was ist der Name, bruh? So alleine ist es echt nicht gleich Ja, stark Also da muss man schon wirklich entweder mit der MP5 oder mit der Pump rein Also mit der Waffe ist das echt nicht geil Aber ich bin noch nicht einmal gestorben, das ist echt nicht gut Ah, schade, ich hab eigentlich gehofft, dass ich da hoch springen kann oder so Ah, den snipe jetzt Na wo Sönig Warte mal Das ist immer stressig, Jungs Aha In der blüste Was ist Baby Da? Betritt wenn die In der blüste Dann Eine Ey, egal, trotzdem, ey, das war trotzdem ne gute Runde eigentlich Soll Okay, zwei Keys, das nehmen wir mit Zwei Keys nehmen wir mit Jawohl, zwei Keys trotzdem plus gemacht So geht das jetzt eigentlich mal? So, keine Ahnung, so Leute, wenn es euch gefallen hat Ihr kennt das Ihr wisst, was ich sagen werde Lasst ein Like und ein Abo oder Schaut in die Videobeschreibung, alles verlinkt Und dann würde ich sagen, sie haben uns beim nächsten Mal wieder Ich schätze mal nächstes Mal Entweder TDM oder Baby My Gun Game Und ja, würde ich sagen Haut rein, bis zum nächsten Mal Bis dann Tschüssi Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann